So, ich nehm weiter auf. Mach mal wieder, äh, kritischer Zustand, ne? Na, ne, das ist... Doch, komm, Alter, das ist doch doof. Wir haben jetzt gerade auf mild gemacht, Mann. Dann nur, weil du Schwuchteler immer gewinnst. Haha, fuck you. Ich hab jetzt ne neue Waffe. Ein Föhn. Ne, ein Granatwerfer. Die Phampa? Ja. Ach, scheiße auf die Phampa, ey. Mal gucken, ob der gut ist. Ach, ja. Oh, die Scheiß-Map wieder. Warte mal, ich will mal gucken, ob die gut ist. Ah, für die hab ich jedenfalls nur neun Schuss, also ich nehm an, die ist gut. Lass das zusammen hier oben stehen bleiben, oder? Jo. Bist du auf der Treppe? Ne, ich bin irgendwo am Arsch. Hab keine Mutli mehr für die Granatwerfer. Ich wandelte die übrigens immer noch. Ich auch. Aber beziehungsweise ich, äh, brauch zwei Schläge nur um die zu... Ja, das ist aber immer so, eben. Ja, das ist aber immer so, eben. Hallo! 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 In den Bauch, ey! Das ist irgendwie lustig. Ah, voll Nose-Killer, ey. Ui! Ui! Ja, ich muss mal her. Für die nächste Runde hab ich schon mal wieder was. Oh, es leckt rum, Alter! Oh, Muni! Hallo! Näm dir die Muni! Oh! So, Muni! Nehmen! Danke! Du kannst mir erzählen, was du willst! Die Knarre ist lustig! Oh, zwei Scharfschützen auch noch! Haha! War meiner! Oh! Nee! Das hat bei mir aufgeblinkt, Alter! War 100 pro, das war einer! Nein, das hat bei mir aufgeblinkt! Du warst noch gar nicht da, als ich die schon getötet habe! Sogo! Ich hab' gerade geschossen, als ich umgekippt habe! Ja, die ist gerade umgekippt, weil ich die erschossen habe! Nein, 100 pro! Ja, guck dir das! Guck dir das! Ich hab' das! Ich hab' das! Ich hab' das Beweis-Video, Mann! Die ist genau bei meinem! Ja, weil die hat's geleckt! Aber bei mir ist die genau bei meinem Schuss umgekippt! Hab' ich jetzt wieder Muni für meinen 8! Oh, ansohne! Ah, fuck, 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 fuck! Oh, shit! Oh, das ist gut! Oho! Schieß, 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 schieß! Schieß, schieß, schieß! Schieß, schieß, schieß! Alter, ihr geht grad die Hölle ab. Ja. Aber diese scheiß Heiler immer, ne? Die gehen mir auf den Sack. Oh, 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 oh. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, man kann von da unten da raufschießen, geil. Ja, hinter dir, ne? Ja, Alter. Ich hau ab, ich hau hier ab, ehrlich. Oh, fuck, 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 fuck. Hab mich übrigens verzahnt, der Granatwerfer so oberscheiß und ich bin gleich down. Ja. Ja, ich muss nach oben. Oben ist es sicher. Aber diese Rennbewegung, die sieht so ruckelig aus, ne? Und das liegt aber nicht am Spiel oder am Internet oder in schlechter Grafik oder sonst was, ne? Das liegt einfach nur an dem Spiel. Ne, bei mir läuft's flüssig. Bei mir nicht, Alter, aber die ganze Zeit, also irgendetwas falsches eingestellt ist oder so. Gucken wir mal, ob Anti-Aliasing zu hoch ist. Oh, fuck, ich brauche Hilfe, Mann. Bitte sehr. Oh, der Fette hier, der geht mir grad übelst auf das Eier, ey. Wo ist der Fette? Na, komm her, stirb! Oh, der ist hinter mir. Also, ich glaub, den wüsste ich mir jetzt erstmal auf, den Granatwerfer, dann ist der bestimmt saugut und lustig. Oh, der Fette ist immer noch am Leben, ey. Oh, ich seh ihn gerade. Oh, ich auch, ich auch, der ist hinter mir. Ciao. Oh, so ne Heilerin ist auch noch da. Stirb! Scheiße! Oh, sich zugerannt. Ja, ich merk das schon. Ich knall den mir in den Rücken, ey. Oh. Oh, oh, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ah, du Wichser. Entschuldigung, weg da, weg da, weg da. Ah, der zieht mir ja nix ab. Und logischerweise. Ja, geht da eigentlich, das sind ja so Engel. Können so Engelwaffen haben, so Special Reapons. Ich warte, bis wieder viele kommen, ich hab wieder die eine geile Attacke. Ich hab die geile Attacke, ey. Mörser! Oh, ne. Zufallsbegegnung, ey. Da ist er übrigens, die Zufallsbegegnung. Ich guck mal an der Treppe unten, damit da keiner hochkommt. Nein, 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 nein. Hilf mir hier. Oh, ne, so ein fetter. Lass lieber rumlaufen. Der ist tot. Oh, hier oben, Alter. Hier oben. Was ist da? Da sind 20 Stück von den Typen. Guck mal jetzt, wie die die Treppe runterkommen. Fuck, 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 fuck. Boah, hier sind drei Schafschütze, ich bin hier weg, Alter. Ja, mich lässt die allein, oder wat? Ja. Arschloch, Alter. Und da meinst du, ich bunker mich immer. Ja, ich laufe. Oh, fuck, 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 fuck Ich darf das nicht zulassen, du bekommst keine Wettpunkte von mir. Ach, da bist du. Sauber. Ja, und hinter mir sind 20 Stück oder so. Oh, jetzt hier ist Muni, sauber. Oh, Muni wäre auch mal richtig geil. Alter. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Hilfe, bleib hier, bleib hier. Ja, die elenden Scharfschützen, Alter. Oh. Frontstadt Frankfurt wird gehalten. Oh, hier ist der Geist, hier ist der Geist, hier ist der Geist. Ich hab ihn ver... Ich hab ihn aus, dass er getötet. Trottel. Ja, nee, der hat nur einen Schuss noch rausgehalten, bevor er getötet war, irgendwie. Hat dem wohl zu viel Schaden gemacht. Oh, fuck, ich muss hier weg. Für die nächste Runde hab ich schon wieder so'n Dorn-Ding. Geil, ich nicht. Boah, leck mich, ich nehm wieder meinen Granatwerfer. Der hat noch einen schönen Session-Schaden. Oh, jetzt kommen hier wieder 80 Stück an, ey. Von wegen für die nächste Runde, Alter, jetzt schon. Perle, Alter, geh weg. Und direkt schon wieder zwei Stufen hochbekommen. Ah, ver... Boah, die haben wir genutzt. Die haben wir gut von beiden Seiten gekillt. Oh, 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 oh. Der war gut. Wahrscheinlich stellt ihn, dass da oben wenig. Au. Verpiss dich doch von mir. Weg damit. Na, ohne Beine lässt es sich wohl schlecht leben, wa? Zumindest mit der Tür in der Hand. Ich muss meinen Granatwerfer aufrüsten. Ich muss hier meine Waffen noch neu bestücken. So, jetzt werden die mal alle hier weggehauen. Oh, 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 oh. Ach, der... Nein, nicht schon wieder der. Oh, von unten auch. Ja, ich hab den gefesselt. Das heilen nützt dir ja gar nichts Scheiße Was los? Da oben Renn doch nicht mal weg Du feige Sau Ich laufe immer bis ich wieder lebe Aber dann komme ich wieder Und hole mir